Herzlich Willkommen zu meinem fünften Video aus der Reihe Datenschutz und Datensicherheit. In diesem Video geht es um die sogenannte Langzeitarchivierung. Manche sprechen ja von der sogenannten Gefahr eines dunklen Zeitalters. Was meinen Sie damit? Dass Daten, die in unserer Zeit angelegt werden, Fotos, die gemacht werden, einfache Daten, nicht so lange halten bleiben, wie es vielleicht noch aus unserer Großvätergeneration der Fall war. Das heißt Fotos, die gemacht wurden, wurden ja ausgedruckt und werden dann im Fotoalbum dann uns überliefert. Und heute besteht dann die Gefahr, dass alle Daten auf Festplatte und dergleichen gespeichert werden und diese dann aus verschiedenen Gründen nicht länger erhalten bleiben. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen, welche Gefahren und Risiken da bestehen können. Ja, es besteht die Gefahr eines Verlust des Gespeicherten, dass nur wenige Daten aus unserer Zeit erhalten bleiben. Und das liegt unter anderem daran, dass die Abspielgeräte, mit denen unsere Daten dargestellt werden, zum Beispiel Computer, mit der Zeit veraltern, nicht mehr vorhanden sind und dass die neuen Geräte dann diese alten Daten, die vor 10, 20, 30 Jahren erzeugt wurden, nicht mehr nutzen können. Diese Nutzung der Daten ist also dann an die alten Geräte gebunden. Man müsste also diese alten Geräte dann noch einmal bauen, wird aber in manchen Fällen dann oder in häufigen Fällen nicht mehr gemacht werden. Dann kommt dazu, dass diese Verhaltung der Technik auch einhergeht dann damit, dass es neuere Techniken gibt und neue Dateiformate, neue Standards gibt und dass diese neuen Programme, diese neuen Geräte dann aber auch diese alten Daten nicht mehr darstellen können. Das heißt, ohne passendes Gerät gibt es keinen Zugriff auf die Daten. So gab es vor geraumer Zeit zum Beispiel mal den Fall, dass man auf Daten aus der Mondlandung zugreifen wollte und dass das gar nicht mehr sehr einfach möglich war, weil es die passenden Geräte gar nicht mehr gab, die die Aufzeichnungen aus den 1960er Jahren dann nicht mehr so einfach dann wieder verwendbar waren. Dann habe ich schon angesprochen, dass auch die Abspielsoftware passend sein muss, dass also dann Textverhaltungsprogramme zum Beispiel auch tatsächlich noch dann Dateien öffnen können müssten, die vor 20, 30 Jahren erzeugt wurden und das ist gar nicht so selbstverständlich. Da müssen natürlich auch die Datenträger, auf denen diese Daten gespeichert werden, auch ausreichend haltbar sein. Und das ist aber vielfach so, wie wir es noch anschauen werden, dass diese Datenträger eher eine kurze Lebensdauer haben und dann nicht auf 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahre ausgelebt sind. Welche Gefahren gibt es jetzt in diesem Zusammenhang? So gibt es die Gefahren von Naturkatastrophen, also kann Hitze, Wasser, kann die Datenträger zerstören, kann Häuser zerstören, in denen sich diese Computer-Datenträger befinden. Es kommen auch schon Schädlinge vor, die bestimmte Datenträger dann angreifen, aber auch wie gesagt diese technischen Probleme, dass die Abspielgeräte oder Datenträger nicht mehr zu den neuen Geräten passen, die diese Daten dann abrufen sollen. Darüber hinaus gibt es natürlich dann auch kriminelle Tätigkeiten, Verbrechen, kriegerische Auseinandersetzungen, die ebenfalls die Daten dann zerstören könnten, ganze Generationen eben dann ohne Erinnerung an bestimmte Zeitdaten dann zurücklassen würden. Frühere Datenspeicherung, da schaut das so aus, dass wir Beispiel haben aus der letzten Eiszeit, also vor einigen tausenden Jahren, da gab es dann auch Datenträger, man hat sie damals natürlich noch nicht so genannt, das wären zum Beispiel die Höhlenmalerei, die ist heute noch über viele tausend Jahre erhalten, können wir uns das mal anschauen, also viel langlebiger als heutige Datenträger, wo das mal altertum die Hieroglyphen, die ebenfalls seine Schriften natürlich waren, ebenfalls Datenträger waren, die wir heute noch lesen können, aber wobei wir bei den Hieroglyphen zum Beispiel auch anwenden können, dass sie über lange Zeit dann ja später gar nicht mehr lesbar waren, weil der Code dahinter gesteckt ist, also die Bedeutung hinter den einzelnen Zeichen nicht mehr klar war und dann ist man eben dann über diesen sogenannten Stein von Rosette eben dann draufgekommen, wie man dann diese Daten entschlüsseln könnte, also auch das könnte uns passieren, dass wir Daten speichern und sie später dann nicht mehr so einfach verstanden werden, wie man die abrufen kann. Dann noch ebenfalls Beispiel aus dieser vor-digitalen Zeit, vor der Zeit des Computers, eben das Fotoalbum, das ich eingangs zum Video schon erwähnt habe, dann auch sowas wie Lochkarten, Lochkarten, also in Papier gestanzte Löcher, wenn man die in der richtigen Abfolge eben dann nimmt, diese Löcher, diese Karten dann macht, kann man ja auch etwas dann an Inhalten weitergeben und diese Lochkarten wurden dann zum Beispiel bei Webstühlen im 18. Jahrhundert dann schon verwendet, wo man ein bestimmtes Muster an diesen Lochkarten angebracht hat und dann zu sagen, welches Muster dann eben da gewogen werden sollte. Dann, klar, ein Datenträger, der sehr langhaltbar ist, in der Regel ist es dann Papier. Ja, der Vorteil war eben diese lange Zeit der Lesbarkeit, wenn man von Lesbarkeit bei Höhlenmalerei sprechen kann und man hat es halt dann verstehen können. Was ist überhaupt die Digitalisierung? Was macht die heutige Zeit aus? Dass diese Informationen in Form von letztlich 1 und 0, Strom, 1, Strom ausgespeichert werden, also ein Ja und Nein. Und in dieser Abfolge von 0 und 1, diesem Planärsystem, kann man eben, wie wir das wissen, Texte, Fotos und Videos speichern, wenn du gerade dieses Video betrachtest, dann kommt es auch zu dir auf den Computer, über das Internet, über YouTube, in diesen Form von 0 und 1 und dein Computer versteht dann diese Reihenfolge aus 0 und 1 und dann eben als Video dann mit Ton und Text eben dann zusammenzusetzen. Wir befinden uns in diesem digitalen Zeitalter, setzt voraus die Digitalisierung, diese Digitalisierung in 0 und 1, wir haben gerade darüber gesprochen, ist eben diese Voraussetzung für diese digitale Speicherung und diesen leichteren Datenaustausch. Ich habe gerade angesprochen, dass das zum Beispiel hier ein YouTube Video ja nur denkbar ist über diesen Datenaustausch, über das Übertragen auf dein Computer in Form von 0 und 1. Abhängig natürlich auch von einem Computer, ich brauche ein Gerät, ein Smartphone oder ein Computer, bei dem ich diese digitalen Informationen dann auch lesen kann. Anwendungen, um zu diesen digitalen Informationen zu kommen, also dass diese Informationen digitalisiert werden, ist einmal zum Beispiel eine Digitalkamera, die in digitaler Form Fotos und Videos aufzeichnet. Aber auch wenn du jetzt einmal das zu durchsitzst, einen Text eintippst, dann werden deine Texte auch digitalisiert, sie werden in digitaler Form abgespeichert. Das digitale Zeitalter ist sicherlich eng verbunden mit der Informationsgesellschaft. Wir haben da vorhin in unserer Gesellschaft immer höhere Datenmengen zu erzielen und die setzen wiederum eine größere Speicherkapazität voraus. Wir müssen immer mehr Dinge speichern und diese Digitalisierung, diese Informationsgesellschaft führt dazu, dass man heute von einer Beschleunigung der Welt spricht. Alles geht rascher, alles muss schneller gehen und das wird ermöglicht, ja, durch den Einsatz von Computern und die zunehmende Rechengeschwindigkeit, aber auch durch die zunehmende Vernetzung über das Internet und die zunehmend größeren Datenübertragungsraten. Welche Maßnahmen gibt es jetzt gegen dieses sogenannte digitale Desaster, also dass wir nichts mehr abrufen können, gegen dieses dunkle Zeitalter? Ja, man benötigt einmal Datenträger und Abspielgeräte, um diese Daten dann abzuspielen. Wir haben schon davon gesprochen, dass das passen muss, dass man älter zurückliegende Daten nicht so einfach wieder abspielen kann, wenn das Gerät dann nicht mehr da vorhanden ist. Und um das eben verhindern zu können, gibt es eine Möglichkeit, die man Migration nennt. Also man wandelt Daten, die schon älter vorhanden sind, um in neuer Dateiformate, die dann auch auf neueren Geräten und mit neuerer Software genutzt werden können. Das muss man dementsprechend natürlich oft machen, damit dann immer wieder diese Daten dann verwendet werden können. Das ist gar nicht so einfach, als wie es sich anhört. So gab es noch vor einiger Zeit dann zum Beispiel in den 1990ern, da hat man dann Textdokumente erstellt und die konnte man dann in neueren Programmpersonen von Textdokumente gar nicht so einfach mehr lesen. Man musste Spezialfilter installieren, man musste dann vielleicht noch etwas zusätzliches Geld ausgeben, dass man die älteren Dokumente dann noch lesen konnte. Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Emulation. Man spricht auch von Virtualisierung, wäre ein anderer Begriff. Und dann kann man bei der Emulation zum Beispiel ältere Computer, die zum Beispiel vor 20 Jahren gearbeitet haben, auf einem neueren Computer versuchen nachzuharmen. Das heißt, man tut so auf den neuen Computers, würde man einen älteren Computer verwenden, und versucht dementsprechend dann die Daten, die der älteren Computer hat, dann auch zu verwenden. Schwierig wird das Ganze dann, wenn es zum Beispiel Informationen auf einer Diskette gibt. Vielleicht kennst du das noch. Diese Diskette kann man heutzutage in keinem Datenlaufwerk mehr verwenden. Also man kann sie nicht per USB zum Beispiel anstecken an einem Computer. Es gibt in der Regel kaum noch Diskettelaufwerke. Dann hat man schon mal die Schwierigkeit, dass ich wiederum so ein Abspielgerät brauche. Also ein Diskettelaufwerk brauche und das dann in irgendeiner Form dann wiederum mit unserem Computer dann verbinden zu können. Es gibt ein paar Projekte, die sich darum kümmern, diese Daten möglichst lang zu speichern. Da greife ich nur wenige heraus. Ich habe zum Beispiel dieses LongNow-Projekt. Ziel ist so ein Langzeitspeicher und bekannt ist dieses LongNow-Projekt für seine, unter anderem für seine Rosetta-Disk. Da möchte man eben auf solchen Scheiben mit einer Nickel-Legierung, also Metall, indem man diese Infos dann einätzt, wie man sie praktisch hineinbrennt, könnte man in irgendeiner Form sagen, versucht man dann aussterbende Sprachen da zu speichern. Es gibt ja heute noch einige Sprachen, die vielleicht von nur noch tausend Leuten gesprochen werden und dass man dort dann wichtige Texte und Grammatik und dergleichen mehr von diesen Sprachen dann längerfristig speichern kann. Speichert man sie auf so eine oder graviert sie dann oder ädzt sie eben dann ein in so eine Rosetta-Disk. Da werden eben dann Texte und Zeichen gespeichert, vielleicht vergleichbar mit diesen Höhlenmalereien von damals, die auch lange Zeit überlebt haben. Dann gibt es dann noch eine Sonderform, sogenannte holographische Massenspeicher, wo man es anscheinend schaffen kann, mit Hilfe eines Lasers an der Informationen da hineinzubringen. Der Vorteil ist, dass der Datenträger eigentlich nicht abgenutzt wird, sondern alles mit einem Laser dargestellt wird. In großer Form hat sich das bis jetzt aber noch nicht durchgesetzt. Nächste Möglichkeit ist die, ist MOM, Memory of Mankind und ist eine Sache, die in Österreich stattfindet und da werden dann Keramikplatten verwendet, dort werden dann Texte und Bilder eingetragen und die werden dann eingelagert in Hallstatt, in Oberösterreich, am Hallstädter See, in einem Salzbergwerk und die Salzbergwerke sind dafür bekannt, dass sie einfach sehr geringe Veränderungen haben, dass sie über lange Zeit sich kaum verändern. Da geht man davon aus, dass die Haltbarkeit mal mindestens 5000 Jahre ist von diesen Keramikplatten in dieser Umgebung und manche hoffen sich sogar hunderttausende Jahre, wo dann eben diese Texte und Bilder dann überleben könnten. Dann auch zum Schluss ein Bezug zu heute üblichen Datenträgern im Vergleich zu eben diesen heutigen Wegen. Das ist einmal bei den heute üblichen Datenträgern, dass diese Lebensdauer, dass es da sehr unterschiedliche Angaben gibt und dann sie über sie haben schritten ist. Manchmal findet man Abweichungen, die einen sagen fünf Jahre, der anderen wieder zehn Jahre, der anderen nur drei Jahre, aber ich gebe euch jetzt einmal so ungefähr Angaben. Bei optischen Datenträgern haben wir das Nachteil, dass sie nur kleine Datenmengen aufnehmen, leicht kaputt gehen können und dann gehen manche von einer Haltbarkeit von acht Jahren aus, manche setzen die viel kürzer an. USB-Stick hat den Vorteil, dass man mobil ist und auch ohne Internet verwenden kann, nur kleine Datenmengen verwendet werden, aber leicht defekt werden können und da gehen manche von einer Haltbarkeit von zehn Jahren aus, aber manche auch wiederum sagen, ja vielleicht drei, vier Jahre. Das heißt, wer all seine Daten, die ein Leben lang halten sollen auf einem optischen Datenträgerspeicher USB-Stick ist da anscheinend schlecht beraten. Dann gibt es hier noch die größeren Datenmengen für SSD, die sind teurer als Festplatten, haben aber eine relativ lange Haltbarkeit. Und dann gibt es hier noch dann die NASS-Speicher, das ist eine Kombination aus mehreren Festplatten. Die Festplatten werden heute eigentlich noch am häufigsten verwendet, um Daten zu speichern, in kleinen Ausmaß zumindest, und dann gibt es noch die Möglichkeit hier Magnetbänder zu verwenden, andere bezeichnen wir Bandkassetten, deren Haltbarkeit bis 30 bis 50 Jahre geht und vom Prinzip her ähnlich ist wie die alten Musikrekorder-Kassetten. Großer Nachteil ist, dass die Zugriffszeiten im Vergleich zu Festplatten und SSD viel langsamer ist, dass die Laufwerke auch sehr teuer sind, dafür sind die Medien relativ günstig. Deswegen gibt es auch heute noch einige Firmen, die Magnetbänder verwenden, weil ja auch noch für sich die Haltbarkeit, aber für sich vergleichsweise sehr, sehr günstig ist. Und wenn man mal die Laufwerke angeschafft hat, dann die Medien für sich immer sehr günstig sind und man hoffentlich hofft, länger davon ausgehen zu können, dass man die noch länger wird verstehen können, also länger lesen wird können. Danke für deine Aufmerksamkeit und noch weiter Spaß auf weitere Videos.